So, willkommen zurück zu R-Type Final 2. Wir sind in Mission 3 und spielen auf Übungen. Gegner sind hinter uns. Irgendwie ist das Wort Armschiff gefühlt. Und dann schießen wir mal den anderen Satelliten nach hinten. Scheiße. Und ich bin tot. Das geht ja gut los. Also, das müsste rein theoretisch der leichteste Schwierigkeitsgrad sein. So, jetzt drehen wir. Kommen jetzt die Gegner schon von hinten. Okay, wenn die Dinger kommen, Waffe nach hinten. Und aufpassen. Komm, wir machen die Waffe gleich nach hinten. Bei den Panzern sind wir ein bisschen schwer. Oh Gott. So, das ist nur Verarsche. Jetzt kommen sie. So, wo muss ich jetzt wieder wechseln. Wir wechseln mal die Richtung. Nein, wir wechseln nicht die Richtung. Vielleicht doch wieder Richtung wechseln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kam der Strahl. Verdammt. Verdammt. Okay. Wir machen weiter. Wir haben noch ein paar Leben. Aber vielleicht mal diesen Flieger austesten. Wir machen noch ein paar Minuten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, diese Stelle ist scheiße. Größer Strahl. Okay, über dem komischen Ding bin ich sicher. Okay, mit dem Schießdingen komme ich überhaupt nicht zurecht. Okay, mit dem Schießdingen komme ich hier überhaupt nicht zurecht. Okay, das geht bei fast allen Dingen an. Die Waffe ist voll aufgeladen. Komm. Mit dem Schuss. Wechseln. Nach dem Schuss sofort weg. Weiter. Wir nehmen nochmal diese Karre. So jetzt abhauen, abhauen, abhauen. Oh Gott, oh Gott. Uh, das passt gerade. Weg, 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 weg. Wenn ich kaum mit den Dinger kann. Geschafft. Gott sei Dank. Verloren in der Dunkelheit. Mission 3. Aufübung. Um es nochmal zu beschworen. Um es nochmal zu beschworen. Um es nochmal zu beschworen. Verstehen. Jawoll. Feuerkraft. Um es nochmal zu beschworen. Scheiße. Ich habe nichts mehr erkannt. Da ist zu viel passiert. Oh Gott. Ich glaube... Satelliten nach hinten. Und die Hilfe. Um es nochmal zu beschworen. Okay. Wir probieren nochmal den dritten Flieger. Und ich bin dämlich. Okay. Okay. Sie greift ja eigenständig an. Ich habe natürlich nicht geschaut, wo ich rumfliege. Okay. Okay. Das glaube ich muss man... Wenn der Eiken sich, die Gegner sucht. Das... Ganz praktisch. Das neue Hintergrund Ding. So, immer schön zu weit kommen. So, immer schön zu weit kommen. Nochmal. Also das selbst fliegende Teil ist ganz nice. So, immer schön. Ich weiß noch nicht auf was ich hier schießen muss. So, immer schön. 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 Oh, mach das mal. Oh, mach das. Schnelldinger. Oh, mach das mal. Oh, mach das. Irgendwie ein böser Schwarm. Ist das schon der Boss? Das sieht irgendwie nicht wie ein Boss aus. Komm, jage es. Kleines Ding. Okay, also Mission 5 geschafft. Weiter. Verteidigungssystem. Sechs Missionen. Man. Komm hinter mir, du. Jawohl. Jawohl. Okay, ich bin einfach nicht mehr fähig, vernünftig zu spielen. Deshalb beenden wir hier mal die Folge. Tschüss, ciao, bye, bye. Amen. Amen.